Du bist nach deinem unverschuldeten Verkehrsunfall zum Anwalt gegangen und der fragt dich im ersten Gespräch schon gleich nach deiner Rechtsschutzversicherung? Warum denn das? Der Gegner ist doch schuld. Das erkläre ich in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Und ja, meine Mitarbeiter fragen im ersten Gespräch immer danach, ob du eine Rechtsschutzversicherung hast. Und auch dann, wenn du den Unfall nicht verschuldet hast. Warum denn? Es gilt der Grundsatz, wenn der Unfallgegner den Unfall verschuldet hat, dann muss er auch die Anwaltskosten bezahlen. Du darfst als Geschädigter schon am ersten Tag praktisch noch am Unfallort deinen Anwalt beauftragen und die Kosten dafür werden in der Regel vom Unfallverursacher getragen. Das liegt an dem Gebot der Waffengleichheit. Auf der Gegenseite sitzt eine Versicherungssachbearbeiter, der ist gut geschult und macht den ganzen Tag nichts anderes als Verkehrsunfälle zu regulieren. Und auf der anderen Seite bist du als Geschädigter, du bist vielleicht das erste Mal in deinem Leben in dieser Situation, du hast einen Unfall, du bist nicht schuld, du hast einen Schadensersatzanspruch, du weißt aber gar nicht, was du machen sollst, wie hoch dein Anspruch ist und was du als nächstes unternehmen musst. Und in der Lage ist immer schon klar gewesen, darfst du dir auch einen Profi an deine Seite holen, damit du auf Augenhöhe mit dem Versicherer verhandeln kannst. Deshalb gehören die Anwaltskosten immer auch zum erstattungsfähigen Schaden nach einem Verkehrsunfall. Und das macht auch Sinn, denn auf der Gegenseite sitzt nicht nur ein geschulter Sachbearbeiter, sondern der hat natürlich auch eine Aufgabe. Der soll berechtigte Ansprüche ausgleichen und unberechtigte Ansprüche abwehren. Aber da, wo man vielleicht zwei verschiedene Meinungen vertreten kann oder wo es eine gewisse Bandbreite gibt, wie hoch ein Schaden ist oder verschiedene Rechtsauffassungen, wie irgendeine Sache zu beurteilen ist, wird der Sachbearbeiter des Versicherers natürlich immer die Position des Versicherers einnehmen, damit der möglichst wenig bezahlen muss. Denn am Ende sind das auch Wirtschaftsunternehmen. Und das bedeutet, du brauchst auch Hilfe, um dir die vollen Ansprüche zu sichern. Das ist auch in der Rechtsprechung anerkannt. Und in einem sehr gut begründeten Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt hat das Gericht das wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht mit folgenden Worten. Auch bei einfachen Verkehrsunfallsachen ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts von vorne herein als erforderlich anzusehen. Gerade die immer unüberschaubare Entwicklung der Schadensposition und der Rechtsprechung lässt es geradezu als fahrlässig erscheinen, einen Schaden ohne Einschaltung eines Rechtsanwalts abwickeln zu wollen. Und die Entscheidung ist schon aus dem Jahr 2014. Und ich kann euch sagen, seither ist es nicht einfacher geworden. Ja, aber wenn jetzt der Versicherer doch den Anwalt bezahlen muss, warum fragt mein Anwalt denn dann nach meiner Rechtsschutzversicherung? Will der sich jetzt den leichten Weg machen? Will der sich die Taschen voll machen auf Kosten meiner Versicherung? Soll die jetzt was bezahlen, was eigentlich der Gegner bezahlen muss? Nein. Also, wir wollen immer, dass unsere Mandanten möglichst ohne eigene Kosten aus der Sache rauskommen. Das ist auch unser Bestreben als Fachanwälte für Verkehrsrecht. Das ist unser Ziel, dass der Gegner die Kosten voll übernehmen muss. Aber es kann in Einzelfällen eben am Ende auch noch eine offene Differenz bleiben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Und für meine Mitarbeiter und für uns ist einfach ganz wichtig, dass wir alle Daten schon zu Beginn eines Mandats abfragen. Das liegt zum einen daran, dass wir gerne wissen, wie weit wir gehen können bei den außergerichtlichen Verhandlungen oder ob wir auch noch das Druckmittel haben, dass wir in die Klage kommen. Das machen wir in der Regel nur, wenn eine Rechtsschutzversicherung besteht. Und zum anderen wird bei uns viel auch in unserer EDV automatisiert bearbeitet. Das heißt, viele Weichenstellungen erfolgen aufgrund verschiedener Eingaben und da muss einfach von Anfang an der Datensatz auch passen. Und jetzt gibt es tatsächlich ein paar Konstellationen, bei denen am Ende der Anwalt doch den Rechtsschutzversicherer in Anspruch nehmen muss. Vielleicht wegen einer noch offenen Differenz bei den Anwaltsgebühren. Es gibt natürlich immer die Fälle, wo der Unfall von vornherein gar nicht unstreitig ist, sondern wo der Gegner sagt, ich bin doch gar nicht schuld. Dann hast du automatisch schon einen Rechtsschutzfall, weil du ja mit dem Versicherer erst mal darum kämpfen musst, dass der 100 Prozent ersetzt. Das kann auch durchaus sein, dass am Ende dann vielleicht nur 75 Prozent oder 80 Prozent rauskommen. Das hängt ja immer von dem konkreten Fall ab und auch von tatsächlichen Fragen. Das sind gar nicht immer Rechtsfragen, die wir zu Beginn beantworten können, sondern manchmal zeigt sich das erst nach einer Unfallaufnahme mit einem Sachverständigen, wie tatsächlich Geschwindigkeiten der Fahrzeuge waren und so weiter. Also es gibt immer auch Umstände, die dazu führen, dass du mithaftest. Bei manchen Fällen ist das auch von vornherein klar. Wenn du jetzt irgendwo an einer Kreuzung bist, rechts vor links und du nimmst dem anderen die Vorfahrt oder so. Bei manchen Fällen ist es von vornherein gar nicht absehbar. Das kommt dann völlig überraschend. Zum Beispiel, du hast dein Fahrzeug geparkt, gehst einkaufen, kommst wieder, dir ist einer ans Auto gefahren. Jetzt steht dein Fahrzeug aber zufällig im Halteverbot. Da würde man ja normalerweise sagen, wer gegen so ein stehendes Auto fährt, der ist doch allein schuld. Nein, das kommt jetzt darauf an. Das ist eine Rechtsfrage. Warum gibt es das Halteverbot und möglicherweise haftest du damit, weil du das Fahrzeug da nicht hättest abstellen dürfen. Da denkt man ja auch nicht am Anfang dran. Oder es zeigt sich während der Bearbeitung, dass an dem Fahrzeug an der gleichen Stelle schon mal ein Vorschaden war. Dann ist zwar klar, der Gegner haftet und du hast auch ein Gutachten mit einer eindeutigen Beschreibung deines Schadens und plötzlich kommt der Versicherer mit dem Einwand, Vorsicht, Vorschaden. Da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das bedeutet, du musst dann darum kämpfen, dass die neuen Reparaturkosten ersetzt werden. Das ist rechtlich höchstkomplex. Auch da wirst du sicher deinen Anwalt in Anspruch nehmen müssen. Und dann gibt es die Besonderheit bei den Rechtsanwaltsgebühren, dass die sich eben nach bestimmten Gegenstandswerten ermitteln. Und der Versicherer auf der Gegenseite ersetzt natürlich die Anwaltskosten, aber immer nur aus dem Gegenstandswert, den er am Ende tatsächlich auch bezahlen musste. Und es kann sein, dass man einen Schaden erst einmal geltend macht und der Schaden sich im Nachhinein reduziert. Zum Beispiel, weil du ein Gutachten hast, in dem die Markenverrechnungssätze einer Fachwerkstatt, beispielsweise des Herstellers VW, enthalten sind und das Fahrzeug ist älter als drei Jahre und der Versicherer verweist sich dann auf eine günstigere, nicht markengebundene Werkstatt, wo die Reparatur billiger wäre. Das ist in vielen Konstellationen möglich. Er muss aber eine konkrete Werkstatt finden, die ist tatsächlich billiger repariert. Das heißt, du machst einen Schaden geltend in einer bestimmten Höhe und der reduziert sich erst dadurch, dass der Versicherer auf diese andere Werkstatt verweist. Dann sind die Anwaltskosten angefallen aus diesem höheren Wert und der Versicherer bezahlt am Ende aus dem niedrigeren Wert. Und die Gebühren aus der Differenz, die musst du dann im Zweifel selber tragen und dann ist es eben gut, wenn du einen Rechtsschutzversicherer an deiner Seite hast. Und wir reden dann noch nicht mal davon, dass die Versicherer manchmal meinen, eine Verkehrsregulierung sei doch total einfach und nur mit einem ganz kleinen Gebührensatz sei man dann schon ausreichend bezahlt. Das sehen wir natürlich anders, weil das wirklich im Detail höchst komplex werden kann. Ja, wie sieht es denn dann aus mit der Selbstbeteiligung? Ich muss doch immer die 150, 250 oder 300 Euro Selbstbeteiligung zahlen, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe. Dann lohnt sich das doch gar nicht mehr. Nein, das ist kein Problem und zwar wegen des sogenannten Quotenvorrechts in der Rechtsschutzversicherung. Das ist zu kompliziert und das in diesem Video noch mit zu erklären. Aber das bedeutet im Ergebnis, solange der Versicherer auf der Gegenseite zumindest Anwaltskosten ersetzt in Höhe der Selbstbeteiligung, die du mit deinem Rechtsschutzversicherer vereinbart hast, darf der Rechtsschutzversicherer diese Selbstbeteiligung nicht abziehen. Also in vielen Fällen wirst du die Selbstbeteiligung nicht bezahlen müssen, selbst wenn dein Rechtsschutzversicherer Zahlungen an deinen Anwalt leistet. Also sei beruhigt, du hast, wenn du mit dem Anwalt gesprochen hast und der die Frage nach der Rechtsschutz stellt, schon vieles richtig gemacht, denn du bist überhaupt zum Anwalt gegangen. Und keine Angst, in den meisten Fällen wird deine Rechtsschutzversicherung nicht in Anspruch genommen oder wir holen uns das Geld am Ende nach einem Klageverfahren vom Gegner zurück und zahlen das an deine Rechtsschutzversicherung, sodass dein Vertrag wieder entlastet werden kann. Also werde nicht misstrauisch, wenn dein Anwalt nach der Rechtsschutzversicherung fragt. Der will es nicht einfach machen, sondern der will es von vornherein richtig machen. Weitere Fragen zum Verkehrsrecht und zu anderen Rechtsgebieten beantworten wir regelmäßig auch in unserem Newsletter oder bei Social Media auf einem unserer Kanäle. Folge uns doch da, mach das Plus weg, abonniere den Kanal, gib uns ein Herzchen oder kommentiere doch mal, was dich so interessiert. Fragen beantworten wir gerne und fürs Erste danke fürs Zuhören.